Hallo, macht bitte die Bücher auf Seite 720. Lesen Sie. Das ist SP. SP. Wie soll ich sagen? Spiel. Sport. Spiel. Spieze. Spagetti. Spiegel. Spüle. Sprengeln. Spülen. Spülen. Spüren. Sprechen. Sprechen. Das ist CH. Wir sagen CH oder CH. Zum Beispiel Tuch. Tuch. Acht. Acht. Kochen. Kochen. Kuchen. Kuchen. Pauch. Pauch. Milch. Milch. Kirchen. Kirchen. Richtes. Richtes. Ich. Ich. Richten. Richten. Dankeschön. Ich. Richten.